Danke fürs Vorstellen. Mein Name ist Andreas Horvath. Für die, die mich nicht kennen, wir haben als Familie den größten Spiritosenbetrieb in Österreich. Also dann sind Sie schon in meinem Herzen. Und ich habe gehört, dass unsere bestverkaufteste Spiritose ihre lieben Spiritose ist, nämlich... Ich träume nur davon, aber das ist... Das war nicht die Antwort. Sie wissen schon, dass ich einmal bewiesen habe, einen Kollegen, einen großen Kollegen aus dem Theater, ich will seinen Namen jetzt nicht verraten, und wir hatten so ein Tablett bekommen, beim Heurigen, und wir haben es allein ausgesoffen. Und so besoffen war er und ich noch nie in meinem Leben. Ich habe Tage getragen, bis ich mich erholt habe, und heute werde ich die alle allein ausgesoffen. Und dann darf ich wieder tagelang zu Hause bleiben, weil ich so krank bin. Genau, es ist nämlich Wodka, aber es ist ein spezieller Wodka, der kommt nämlich aus Österreich. Es ist ein Kartoffel-Wodka, und... Sie können dann auch ohne Wodka kommen. Ja, ich wollte mit Wodka kommen. Und es ist ein besonderer Wodka, nämlich der Wodka ist nach innen getopfen. Und zwar heißt der Wodka, da geht auf Wodka. Ganz speziell, nur für Sie. Ja, Sie dürfen alle haben. 24 Flaschen insgesamt, ganz speziell, nur für Sie kreiert. Werden Austrian Spirits Awards Gold prämiert. wild her Israel Wolfgang Wodka 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 Wodka